hey 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 leute kurze einspieler wie immer dieses mal mit einer besonderheit ich wollte mich immer bedanken für 700 subscriber auf youtube freut mich dass die mongas videos so gut bei euch ankommen die ersten von euch also von youtube leuten fangen jetzt auch an sich bei unseren discord oder auf unseren twitch kanal einzufinden das finde ich einfach super wollte mich bedanken für heute denkt ans subscriben und ans kommentieren und dann sage ich einfach nur spaß mit dem video oder rein jetzt fahren wir rein alter ivo oh ja oh ja das schmeckt meine freunde und wie das schmeckt das wird jetzt aber richtig gut aber das wird gut meine freunde kommen direkt mal hier leid's ausmachen hallo glitzer waffel wie geht's dir ok leno ist sass für mich der hat nämlich vorher das meteoriten game beendet ganz wichtig ja wo дев geo ja ja Ich habe gerade Mina oben zwischen, was ist das, Upper-Endung gesehen, nein nicht im Nee, davor auf dem Gang, da liegt nämlich die Leiche, ich wollte gerade Report drücken, aber du hast schneller gedrückt Genau, und Mona kam mir entgegen, hast du die gleiche nicht gesehen? Ich habe eben Curry und Caro in Matt Bay gesehen, äh Quatsch, in Electrical gesehen und ich war die ganze Zeit in Electrical, dann ist Caro nämlich rein, also ich bin gerade raus, dann bin ich hochgegangen, Curry wurde nicht gefunden, oder? Doch, nein, Mina war das, das ist ja wieder das gleiche Und ich war nämlich in Electrical, da bin ich immer sehr... Also das Ding ist halt, das Ding ist halt, zwischen mir, also ganz kurz, zwischen mir und der Leiche war Karline und Mona ist da durchgelaufen, 100 pro Also ich... Mona kommen mir tatsächlich auch verdächtig vor Ich übersehe aber immer Leichen Also... Also ich kann so bestätigen, dass das Hahn gerade angelaufen gekommen ist, genauso wie ich, wir sind beide von den unterschiedlichen Seiten auf die Leiche zugelaufen Wir waren es beide nicht, 100 pro nicht Also ich habe Caro im Verdacht, weil eben noch Curry und Caro im Electrical waren, ich habe da so ein bisschen rumgesneakt Du warst noch vor mir, also du... Hey, ich bin vor dir rausgegangen Also das Ding ist halt... Ja, aber du kamst da rein Das Ding ist halt, Mona... Ja, weil ich geguckt habe, ob einer von euch tot ist Du verstehst aber... Ja, und da bin ich dann mal rausgegangen, da war er ja doch noch am Leben Du verstehst aber schon, Mona, wenn du, wenn du an mir vorbeilollst und ich und Karline es nicht gewesen sind, weil wir uns beide gesehen haben, das würde ich's hassen, oder? Ja, dann macht es halt, wenn ihr meint, ihr werdet ja sehen, dass ich's nicht bin Ja, aber das ist doch... Sorry, das ist für mich keine Ausrede Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr wissen, was ich's niemals tun würde Außer jetzt gerade Wow, du wolltest uns gerade noch alle töten Ich bin unschuldig Also ich würde mich ganz gern kurz erklären, weil wie gesagt, ich bin ja gerade auch im Verdacht, bin ich aber absolut nicht Ich bin gerade sogar mit im Admin drin Ich war in Storage, hab meinen Fuel-Kanister aufgefüllt, bin dann in den Electrical, weil ich dachte, ich guck mal, ob da schon eine Leiche liegt Dann kam mir Mona entgegen, das stimmt Dann bin ich nach hinten gegangen und hab da Curry gesehen Ich dachte mir so, okay, entweder ich sterbe oder keine Ahnung Bin dann weggegangen, hab das Light gefixt Aber Leute, wir müssen... Wir müssen eigentlich nicht voten, aber das kann nur Mona gewesen sein Nein Ich glaub tatsächlich, ich hab richtig raus, dass Mona beide getötet hat Was, beide? Ich glaube, Mona hat beide getötet Oh, geil Lol Das ist ja mal Giga-Free Hä? Was? Was did I just witness? Irgendwie schon, oder? Das hab ich jetzt... Das hab ich aber in gar keinster Welt verstanden Ich hab mir etwas seit links in den Shields Und aus kann man... Ja, 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 darauf achten die nicht 100 Pro nicht So, der nur war gerade schon ein richtig guter dritter Imposter Dann machen wir jetzt nochmal Und moin, Satans Bad Sister Wie geht's dir? Kommt da wer? Andi Okay Ist niemand Wieso ist denn hier niemand? Oh oh Hallo Hey Ach du Scheiße Ja, mit der Security liegt die Leiche Und gerade eben kam mir entgegen da oben Ich auf jeden Fall Ich hab dich gesehen Genau Und Andi war auch bei mir Und Andi war da Ja Also ich bin noch kurz runter gegangen in Medbay Hab kurz mein Glas angestoßen Ich glaub Andi ist Richtung Cafeteria gegangen Und dann kam schon der Report Also Ich steh grad bei Mino Habt ihr beiden denn noch jemanden auf der linken Seite gesehen? Jetzt muss ich überlegen Gesehen leider nicht Weil ich grad auch aus einer anderen Richtung Richtung Storage gegangen bin Ich war die ganze Zeit auf der rechten Seite Das Ding ist Ich will mir ziemlich sicher werden Wobei Andi war grad bei mir Also der kann's eigentlich nicht Also Mona muss es gewesen sein Weil ich Und Also Sie ist Also wenn sie ein Kill nicht gemacht hat Ist sie auf jeden Fall hundertprozentig Über die Leiche gelaufen Nein, darum geht man gerade gar nicht Ja Und das Ding ist Ich glaube insofern Dass es Mona war Zeitlich kommt das genau hin Dass die beiden Kills halt Die jetzt in der Runde gerade passiert sind Sehr schnell waren Und der Imposter muss jetzt super schnell spielen Das heißt Ich glaube wir haben nur noch einen Imposter Die Frage ist jetzt Wer? Ob wir warten oder was? Ja nicht nur das Wenn wir halt nur noch einen haben Dann müssen wir jetzt gar nicht mehr voten Dann sind wir grad vier gegen einen Ja wenn Ich bin mir da ziemlich sicher Ich auch Also Mona Wie gesagt Sie muss Also entweder ist sie wirklich Über die Leiche gelaufen Das können Kaline und ich bezeugen Oder sie hat den Kill vor unseren Augen gemacht Und ist dann abgehauen Deswegen es geht nicht Also es gibt nur diese beiden Fälle Deswegen ich glaube schon Dass sie es war Also ich würde das unterstreichen Also ich stand auch schon auf Leichen Und hab's nicht gemerkt Du Monster Ja ich hab leider nichts gesehen Ich war die ganze Zeit auf der rechten Seite Ich hab nichts mitbekommen Ich bin lost wie immer Ich hoffe nicht Dass sie die Leiche schon ewig da lag Aber dann hätten Han und Andi irgendwas sehen müssen Ich hab nichts gesehen Nö Oh boy Oh pass mal auf Komm mit mir hoch Komm mit mir hoch Komm her Miku Du lost Ich hab's doch gecallt Es waren locker drei Momente Wo das halt safe call war Erstens Andi Übelste Übelste Verschwörungstheorie von Han Wegen Mona Andi sagt Andi votet einfach Andi votet Andi votet nicht Nicht so früh Wenn er sich nicht sicher ist Das glaube ich nicht Das glaube ich nicht Gut dass du mich schon so kennst Curry nach einer Stunde Das glaube ich nicht Ich glaube nicht Dass du so früh votest So früh am Anfang einer Runde Wenn du dir nicht so sicher bist Ich finde das so doof Dass ihr mich verdächtigt habt Aber das Ding ist halt Ich hab das natürlich Also ich hab den Kinn Also es war wirklich perfekt Weil du bist wirklich Über die Leiche rüber gelaufen Das war so geil Das gibt's nicht Das gibt's einfach nicht Ja Ich hab's in Discord geschrieben Und würde häufiger mit mir spielen Das ist so Weißt du Die RTL-Sendung würde so stehen Mona läuft immer über Leichen Also es ist einfach so Also nicht das mal glaube ich dir Oh nein bis tatsächlich Dass Caro mich bei dem Curry-Kill nicht gecallt hat Weil ich ja an Caro vorbeigelaufen Ich bin nach Entdeckte hier rein Curry da auch war Und kurz darauf Wurde die Leiche von Curry gefunden Boah Mag Curry in Elektrikel gestorben? Nö Oh schon wieder in Posten Boah Leute Ist dat geil Ist dat geil Junge Boah war dat geil Ei 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 Hallo Lüdi Aber warum bist du eigentlich so wunderschön Da würde ich die letzten schon fragen Hm Die YouTube-Runden anfahren Also die zwei Runden Die erste und die zweite Die kommen hundertprozentig auf YouTube Aber sowas von Nee Korrekt immer nach vorne Hahaha Yippie So Ich glaube rechts ist ein Kill passiert Nina kannst du mich bitte nicht umbringen Das wäre richtig richtig nett Ok Ja komm Leute Oh De Tra Cut Ja weiter weiß ich nicht YouTube-Runden für nächste Woche Sind auch heute safe Ja eigentlich schon Ne Jivo du kriegst Arbeit Hahaha Jippie Alleine in Elektrikel Ich fühle mich gerade richtig wohl Oh Gott K.O. kam von oben links Ich hoffe Lenno hat das gesehen Grün Grün kam ja von hier ne Ok Ich habe ich erst gedacht Aber ich nicht so Oh Echt jetzt nur einer bitte Wow Wow Das war eine lange Runde Wo denn In Admin Wo kamst du gerade her Bevor du in Elektrikel warst Andi Aus Admin Nachdem ich den nur umgebracht habe Nein Ich kam von nichts Nein Ich habe ich auch nicht Körme Wurscht Nein Beständnis Nee jetzt mal ernst Wer stand denn gerade bei O2 Ich Wer hat das untere O2 gefingst Das war glaube ich Gelb Quatsch nicht gelb Da gibt es ja Sturm Weiß Aber das war Aber da waren ja ein paar Bei O2 Also ich Da waren ja ein paar Auf dem Weg nach draußen Wird er wahrscheinlich gestorben sein Also nach O2 Wer war denn bei Admin Als der Alarm losging Mina auf jeden Fall ist da reingegangen Das habe ich gesehen Ich habe reingeschaut Aber da waren so viele Dann bin ich weiter zu O2 hoch Genau Ich war da Aber da war noch keine Leiche Also ich hoffe da war keine Leiche Ich meine ihr wisst ja Vielleicht war sie auch schon da Aber Vielleicht hast du auch einfach mal ganz kurz Q gedrückt Hast du Bei Leno Nein Ausgerutscht Also Nevin hat der O2 gefixt Also das ist der oberen Ja genau Der oberen Genau Der oberen Der oberen Wer war oben beim O2 Ich Und Nevin kam von 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 Also aus der Richtung NaVein Aber man hätte ja auch von der O2 In der Zeit noch mal bestimmt noch mal runterlaufen können Weil zwischen den Ich möchte auch ein wenig Ich möchte auch ein bisschen Prozent auf Mona setzen Weil am Anfang der Runde Als erstes ging der Reaktor an Und Mona war auf dem Weg nach unten Von Cafeteria nach unten Ist kurz stehen geblieben Dann ging der Reaktor an Und dann ist Mona weitergelaufen Okay Als der Reaktor anging War ich bei Navigation Ich bin voll weit von Navigation Was halt wichtig wäre zu wissen Ist wer gerade wirklich in der Admin war Es war ja Mona, Andi, Leno und noch mehr Mina auf jeden Fall Mina Safe Minu Ne Mina Ich war nicht in der Admin Ich war nur reingespaß Minu Minu Mona Ja Manu Können wir noch ein Manu Nächste Runde mitnehmen Ich werde jetzt sterben Es ist Mona Ich werde schon wieder auf mich gesetzt Manu Können wir bitte noch ein Manu mitnehmen Nächste Runde Im Übrigen habe ich Karline Wenden sehen Hä? Oh Gott Weil wenden kann man ja nur als Imposter ne? Warum bringen die Imposter die Imposter Hungen Das verstehe ich auch nicht Wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall der Gelbe Der ist bester Mann Weiß oder schwarz Weiß oder schwarz Kommt da ein Vent Ne Okay Leno Ja Leno ist Legende Hä? Oh mein Gott Ich habe gerade wirklich ein bisschen Angst Geh mal vor Minu Ähm Also Hä? Da standen wir gerade zu dritt auf einer Leiche Wo du sagst Genau Was? Was? Im Eingang von Electrical Genau Ich habe zu dritt darauf zugelaufen Das heißt die anderen zwei kann ich ausschließen Wer waren denn die anderen beiden? Das war Minu Meine fast Namensgefährtin jetzt Und Hahn Hallo Genau Okay Okay und ich war mit Karo Und Wir waren im Reaktor Ich war auch auf dem Weg zum Reaktor Ich war auch auf dem Weg zum Reaktor Wer fehlt jetzt? Moment mal Wer war auf dem Weg zum Reaktor? Mona Ich Oh oh Mona Ah das sieht gerade gar nicht gut aus Was ich aber auch nicht verstanden habe Irgendwie Wir sind alle Ich glaube ich bin mit Karline zusammen in den Reaktor reingelaufen Und wir beide haben gesehen wie Karo nach oben gelaufen ist Und trotzdem bist du ihr hinterher gelaufen Ich dachte jetzt ich habe irgendwas falsch gemacht Was? Ich kam oder oben ging sie Ich dachte auch ganz so Karo ist vor uns gelaufen und sie ist nach oben Ja wir sind zu dritt da rein Wir sind zu dritt rein und es gibt ja nur zwei Felder Und ich musste mich dann entscheiden Gehe ich oben oder oben gucken Ja ja aber du hast ja Karo vor uns laufen sehen Die ist ja vor dir nach oben gelaufen Du bist trotzdem nach oben gelaufen Oh oh Ich wollte mal gucken Ja Ich wollte mal gucken Ich wollte mal gucken was sie so macht Also ich kenne das Es gibt halt so bei uns so Jobday auf der Arbeit Da kann man so über die Schulter mal gucken Wie die Leute Ich wollte Karo auf den Hintern gucken Ja ist so ich wollte Karo noch auf den Hintern gucken Das mache ich immer Ja aber ich habe ja nicht Also jetzt mal ernsthaft Das ist ja nicht Also ich habe ja wirklich nichts Verdächtig gemacht Ich wollte das Ding ausmachen Und ich wusste nicht oben oder unten Zwei andere Leute waren vor mir da Also Mina, Minu und Han waren in Electrical Wir waren aber safe Wir waren alle drei Ich frage gerade Nein ich frage gerade nur Wir sind quasi Körny, Damon, Kaline und ich waren im Reaktor Okay Mona war nirgendwo Ja Mona, was hast du denn gemacht Mona? Ist jetzt nur die Frage Ist jetzt nur die Frage Wollen wir Mona raus wollen? Ja doch hätte ich Bock drauf Nein mach das doch nicht Ich laufe mit jemandem von euch mit Er hat mich überzeugt Ja hat mich abgehöhlt Wie fies das einfach ist Mona hat es echt ordentlich leicht Was? Was? Wow Was ist so Junge, was sind das für Runden? Was sind das für Runden? Oh the fuck Ich finde es super lustig Weil ich glaube hier hast du wirklich ganz ganz oft das Pferd Spiel Kölwurst oft Was weiß das einer von euch? Also im allgemeinen Weil ich kenne da jetzt Also Nina spielt ab und zu Aber halt eher so casual Und ich glaube Kölwurst der Macht schon einen fitten Eindruck in dem Game Okay Oder? Na Mino hast du Bock auf den Vent? Mino ist oben, okay Äh Okay Ich trau Mino auch nicht so ganz Aber Da kann doch sein, dass die einfach Ein bisschen lost ist Oh Also Ich habe Eine Vermutung Ich habe nämlich gerade Ich habe gerade zwei Leichen in Electrical gefunden Okay Ähm Wer kann sich denn gegenseitig gerade covern? Irgendjemand habe ich vorhin in Navigation gesehen gerade rechts Ich weiß nicht wer rechts war Der kann das Der muss das Der kann das ja bestätigen Irgendjemand habe ich gesehen dort Der ist mir da entgegen gekommen Wir haben uns eben auf der rechten Seite gesehen Curry das schon Also Mino war es nicht Den Call mache ich Weil die war gerade so ein bisschen Ich bin gerade im Bad Bay Genau Äh Ganz kurz Caro Warst du gerade auf der rechten Seite? Ja ich war auf der rechten Seite Und ich habe gerade echt gedacht Du bringst mich um Weil der Reaktor halt losging Und du kamst im NG Genau Also Mina und Mona Also Mona war tausendprozentig Links das weiß ich So wie Mino und ich Mino kann den Kind nicht gemacht haben Pretty much sure Außer die Leichen Kann glaube ich keiner safen oder? Ne ich war Ich war bei dem Da war ja nie gerechnet Du Also ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung Also Mona war auf jeden Fall links Das weiß ich noch Ich war auch beim Reaktor Also ich kann bestätigen Aber ganz kurz Okay Caro Okay Caro Wo bist du? Ich war Eben noch auf der rechten Seite Ich bin dann Richtung Ich kann ich safe Das ist klar Ja okay dann sind es Bei Admin zum Download Dann sind es ein Mona und eine Vein Easy Case closed Also wir müssen sowieso Ich war gar nicht auf jeden Fall Also Mona war ja vor den Schienen Mona war ja vor den Schienen Mann ich finde das nicht fair Also ich würde Mona jetzt auch nehmen Es tut mir leid Aber wie gesagt Wir können also Danach würde ich Ich wäre sehr schade Dass du Mona gerade in die Pfanne haust Das ist schon sehr schlimm Als deine Impostor-Kollegin Was soll ich machen? Das Ding ist halt Anonyme Wortsinn an Du hättest einfach skippen können Mensch Ach ja stimmt ey Das wäre ja voll interessant gewesen Na Vein Ciao Tschüss Tschüss Das muss Mona gewesen sein Mona und Na Vein Ich spice den Scheiß nicht Ich bleib jetzt hier Na Vein war glaube ich der andere Wenn Mino Dingke gemacht hat Dann Chapeau Aber trau ich ihr nicht zu Also wenn Mino Dingke gemacht hat Also ich habe auch keinen Wendt gesehen Muss ich dazu sagen Vielleicht bin ich gerade Tut am Poster Aber naja Hey wieso geht Kao nicht Okay Ne Ne Vein Ne 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 Curry kam von Unten Ist hier eine Leiche Ich base Okay Ich habe Bock auf eine Vein Den wollte ich jetzt Also Das Ding ist halt Für mich reicht das Was Curry da gesagt hat Curry und Karo waren rechts Auf der Seite Ja Es ist jetzt gerade kein Kill gefallen Sprich ein Impostor ist raus Und wir könnten jetzt einen langweiligen Task Äh Winn machen Aber ich spice die Scheiß Ich brauch noch Rein Stimmt hast recht Pretty much sure Mino kann Also wenn Mino den Kill gemacht hat Dann kriegst du den D3 sub von mir Also wirklich Holy shit Das wäre ein Insane Jetzt wird es sogar bestockt Ne Ne Wenn sie es war Also ich glaube es nicht Weil Mino halt bei mir war Deswegen Es macht aber an Anders keinen Sinn Wir waren Also nochmal Wir waren auf der linken Seite Mit Mino Nein Nein Dann hätte er jetzt einen Kill gemacht Wenn es vorbei gewesen wäre Richtig Ja aber wenn der Counter Dann überhaupt schon drunter ist Das hast du auch nicht vergessen Also der Counter Äh es fehlt nur noch einen Kill Dann wäre die Monster zu Ende Wenn es Monat nicht gewesen wäre Ich hätte auch den O2 viel viel später gemacht Und dann hätte ich einen Free Kill gemacht Deswegen Ich glaube schon Dass es eine Welle ist Free much sure Ich glaube auch Dass er sich gerade versucht hat Zu decken Indem er den Reaktor Hochgehen lassen hat Er mit Han und mir Ja da gewesen ist Han und eine Welle Ihr wart ja oben Curry ist Genau Einer war nur Han du warst glaube ich Wo Ne ich war unten Ne dann war eine Welle oben Und hat da schon am Reaktor gestanden Und wir sind beide nach unten Ja Und einer war ein Admin Ich glaube das war Mino Richtig Es würde halt zumal gar keinen Sinn machen Dass Han gerade den Emergency Call macht Richtig So Macht einfach keinen Sinn Ich würde ja nicht bei einem Double Kill Die Leiche reporten Sagen dass es ein Double Kill ist Ne Also Wie gesagt Ich glaube die Runde ist over oder I guess Das ist doch kacke Ah guck mal hier Ja aber Aber unser Double Kill im Electrical War trotzdem gut Und wisst ihr was Wisst ihr was eben passiert ist Wir sind beide gewendet danach Und dann kam mir noch In Matt Bell Mino entgegen Und ich dachte so Scheiße Aber ich habe sie nicht gesehen Nein Oh lol Also ich glaube in dem Moment Kam der Report Und ich bin in dem Moment rausgehüpft Und sie stand halt so direkt Neben dem Vent Und ich war so Und ich habe mich schon darauf Vorbereitet irgendwie sie Zu sagen Oh sie ist gerade gewendet Aber Ja Ich sage in Runde 1 noch Ich sterbe jetzt Mona ist es Oh Komm Komm